Das, was wir hier gesehen haben, war offiziell das Ende und der Tod für The Walking Dead. Und das sage ich als Fan der ersten Stunde. Ja, anhand des Titels und des Thumbnails wird es man sehr kennen, es geht um Folge 4 von Daryl Dixon, Staffel 2. Meine Review und meine Kritik, meine sehr kritische Kritik zu dieser Folge, heute hier in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran und damit höre ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, ihr werdet es vielleicht merken, ich bin ein klein wenig angepisst. Zum einen, weil mein lieber PC die dritte Folge, beziehungsweise die Review zur dritten Folge einfach mal, naja, gefressen hat. Ich habe es aufgenommen und es war weg. Deswegen kurz und knapp meine Review zur dritten Folge. Ich fand die Folge sehr geil. Mir hat es super gefallen, dass wir einen Rückblick zu Madame Genée bekommen haben, ihre Backstory, ein bisschen mehr Augenmerk auf Madame Genée. Ich fand diese Action von Carol in Genées Hauptquartier auch super geil. Ich fand es hier und da ein bisschen Plot gut gefilmt. Also Carol hatte sehr viel Plot-Amour, das hat sie aber allgemein in dieser Serie, was gar nicht so schlimm ist, finde ich. Allgemein fand ich Folge 3 eine sehr gute Folge. Ich weiß nicht, was ich ihr für eine Note geben würde oder eine Punktzahl. Auf jeden Fall eine super stabile Folge, wie gesagt, gerade sehr viel Carol-Action, sehr viel Madame Genée. Und das hat mir gefallen und auch halt mehr Walker-Action, beziehungsweise mehr Walker im Sinne von Serum-Walkern, die geboosteten Walker, diese ganze Action mit Madame Genée, mit dem ganzen Drumherum. Fand ich wirklich sehr, sehr stark. Viel mehr hätte ich jetzt auch gar nicht so dazu sagen können. Ich wäre natürlich ein bisschen vereinzelt drauf eingegangen. Aber hier soll es um die Review zu Folge 4 gehen. Und ja, ich nehme es jetzt einfach mal vorne weg, weil das könnte eine Diskussion in den Kommentaren geben, die ich gerne habe, aber auch direkt vornherein was sagen möchte. Ich fand diese Folge, Daryl Dixon, Staffel 2, Folge 4, wirklich grauenvoll. Sie hat mir gar nicht gefallen. Ich werde natürlich jetzt darauf eingehen, warum. Vorab möchte ich aber sagen, jeder soll seine Meinung haben. Wenn ihr diese Folge geliebt habt, um Gottes Willen, dann ist es okay. Dann habt ihr sie geliebt, dann seht ihr die Folge vielleicht mit anderen Augen, habt vielleicht andere Prioritäten. Für mich persönlich war es wirklich zu 80% pure Folter. Und ich werde auch auf die Gründe eingehen, warum. Starten wir aber doch mal mit dem Positiven. Denn die ersten 15 bis 20 Minuten haben mir super gefallen. Wir fangen genau da an, wo Folge 3 aufgehört hat. Genée ist vorm Nest. Die ganzen Leute, die freiwilligen Walker-Leute, die da getötet werden sollen, um sich dann in Walker zu verwandeln. Carol steht mittendrin. Die ganze Action beginnt. Und ja, Codron wird vorgefahren als quasi Lockvogel, was ich tatsächlich lustigerweise schon mehr oder weniger prediktet hatte. Carol steht mittendrin. Und dann wird quasi relativ zeitnah losgefeuert. Die Leute werden getötet. Natürlich nicht im Kopf. Und hier kommt ein Punkt, den ich nicht so geil fand. Aber ja, es ist halt nun mal Carol. Sie ist die Einzige, die nicht stirbt. Und ich finde es grundlegend, fände ich es nicht schlimm, wenn es noch zwei, drei andere gegeben hätte, die überlebt hätten. Und vielleicht weggerannt wären und dann erschossen werden würden. Aber dass Carol wirklich als Einzige da auf dem Boden liegt und lebt, das war Plot-Amor vom Feinsten. Natürlich ist es Carol und Daryl und ne, ist alles klar. Aber an und für sich eine coole Szene, auch wie die Walker sich dann verwandeln. Carol kriegt auch einen Fein mit dem Serum ab. Und in dem Moment war für mich klar, okay, wir bekommen irgendwann hoffentlich die Antwort, was passiert, wenn jemand, der nicht tot ist, beziehungsweise kein Walker ist, dieses Serum bekommt. Bekommen wir sogar in der gleichen Folge. Finde ich cool, dass man es gezeigt hat. Komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, die Action geht los. Die Walker verwandeln sich. Carol schafft es wirklich, irgendwie vor den Walkern und Genes Leuten abzuhauen, steigt in den Buggy, wo Kurt Rohr drauf saß oder hing und fährt dann los. Auch hier Plot-Armor des Todes, aber sehr dahingestellt. Ich finde die Chemie zwischen Kurt Rohr und Carol sogar ziemlich lustig. Die reden jetzt nicht krass viel miteinander, aber irgendwie die Szene war funny, muss ich sagen. Sie fahren ins Nest rein. Carol hat wieder Plot-Armor, wird nämlich von den Leuten vom Nest, also von der Union of Hope, wird die angeschossen. Also sie versuchen, sie anzuschießen, treffen aber nicht. Also Stormtrooper-Aim war hier am Start. Dann macht sie Kurt Rohr frei. Er sagt, yo, hier, ich übernehme das. Sagt Dixon, es ist für den Jungen. Ehrenaktion. Dann sehen wir erstmal nichts mehr von Kurt Rohr. Ich denke, der wird in den nächsten Folgen auf jeden Fall wieder Teil da sein. Dann geht's weiter. Wir bekommen ein bisschen Sicht von Daryl, was passiert, weil die Walker halt reinstürmen. Wir bekommen diese coole Szene aus dem Trailer, wo quasi Daryl in dieser Zelle sitzt und der Junge da einen Schlüssel hat und er diese Hand so hochhebt. So komplett wortlos, weil Daryl halt cool. Mega coole Szene. Auch hier möchte ich direkt gesagt haben. Rein optisch war auch wieder diese Folge wunderbar. Die Action, die Blutigkeit, sowohl Walker-mäßig als auch Mensch-zu-Mensch-Fights. Genial. Einfach geil. Das ist wirklich in meinen Augen eines der besten Werk, was in der Hinsicht AMC lange hervorgebracht hat. Es sieht wunderschön aus alles. Zwischenzeitlich bekommen wir dann noch Luzon, der mit Isabel redet. Isabel greift ihn dann mit diesem Gully-Deckel, den sie in der letzten Folge rausgebrochen hat, an. Er kratzt ihn so ein bisschen im Gesicht und Luzon dreht komplett durch und rammt Isabel ein Messer in den Bauch. Und dann war da erstmal so, huch, äh, was denn jetzt los? Also, ich hab nicht damit gerechnet, dass er so reagiert und ich hab auch nicht damit gerechnet, dass Isabel dann so schnell das Opfer dieser ganzen Situation wird. Dann bekommen wir eben mal wieder ganz viel Carol-Kampf-Action. Carol geht da durch wie eine Boss-Bitch, muss man einfach mal sagen. Sie hat zwei, drei Kills, die so cool waren, einen, den ich fand, ein bisschen dämlich, wie die einem in die Fresse tritt, einfach umkippt. Der Typ hat nur einen Schuh gefressen, also, ne, Carol ist halt auch älter. Ich weiß nicht, ob die so einen kräftigen Tritt hat. Dann sei mal dahingestellt. Die Action geht weiter. Dann, äh, trefften wir, oder dann trifft Carol auf Isabel. Finde ich tatsächlich irgendwo lustig, weil ich denke, what the fuck? Es kann doch nicht sein, dass fucking Carol erst mal Caudre trifft, Madame Ginée trifft und jetzt auch noch Isabel, bevor sie Daryl sieht. Das ist so komplett dämlich, gleichzeitig aber lustig. Carol guckt sich ihre Wunde an, weil sie hat ja ein Messer im Bauch gehabt und sagt, jo, alles fein, ist ein glatter Schnitt, du wirst das hier easy wegmachen. Drück einfach den Verband da drauf, leg dich hier hin, ne, ist alles fein. Nächste Szene, Daryl wird gerade freigelassen, schnappt sich seinen Morgenstern und kämpft sich durch die Meute und Action. Man hört Schüsse im Hintergrund und dann kommt das, wo die Folge für mich kippt. Beziehungsweise Punkt 1, wo die Folge für mich kippt. Und zwar tötet Daryl den Letzten und der andere kippt dann auch im Hintergrund um durch eine Kugel im Kopf und wir sehen Carol und Daryl sieht Carol. Daryl rennt zu Carol, nimmt Carol in den Arm. Die gucken sich an, wechseln keine Worte. Es gibt einen Cut und wir sind bei Isabel, die am Sterben ist und dann tatsächlich auch stirbt. Und da möchte ich jetzt ganz kurz drauf eingehen, weil intensiv empfehle ich euch wieder hier mal unseren Podcast This Is Peak jetzt am Freitag um 18 Uhr. Checkt es gerne aus. Wir reden da zu dritt wirklich intensiv über diese Folge, geht ungefähr anderthalb Stunden. Und ich glaube, da wird unsere Meinung dann nochmal verstärkt. Und ich erkläre jetzt ganz schnell und kurz, was mein großes Problem mit der Reunion von Daryl und Carol ist, plus die Art, wie sie es verpackt haben. Punkt 1. Es ist zu früh in der Folge gewesen. Hätten sie die Reunion am Ende gehabt, wäre alles fein. Hätte ich gesagt, okay, passt, hat irgendwie Cliffhanger-Vibes. Dann finde ich viel zu wenig Emotionen. Ich finde viel zu wenig, dieses Gefühl von Wiedersehen war da. Klar ist es nicht so krass, dass wir sie so lange nicht gesehen haben oder sie sich so lange nicht gesehen haben wie Rick und Michonne. Keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie mehr erwartet. Im Podcast habe ich den Vergleich gesetzt. Wenn Hund, also der Hund Hund in Real Life noch leben würde und Daryl ein Wiedersehen mit Hund hätte, wäre das wesentlich emotionaler als das, was wir mit Carol gesehen haben. Zumindest wirkt es für mich so. Natürlich hat Daryl super emotional reagiert, aber das konnte alles nicht so wirken. Wie gesagt, natürlich war es schön, die zwei wieder zusammen zu sehen, aber ich finde, es war zu wenig Emotionen. Vielleicht sehe ich es auch persönlich so. Ich denke, es gibt viele Leute, die es ähnlich sehen. Natürlich aber auch viele, die es anders sehen. Um Gottes Willen, wie gesagt, an der Stelle nochmal, wenn das eurer Meinung nach super toll gemacht war, soll es so gut sein. Ich will euch nicht die Serie vermiesen. Nur für mich war es nicht das, was ich erwartet habe. Sage ich es mal so. Und jetzt kommt es zu dem zweiten Punkt, der das Ganze dann noch getoppt hat von der Schlimmigkeit, Schlimmhaftigkeit, von der Schlimme, dass wir instant weg hatten und bei Isabel sind. Die Reunion von Carol und Daryl quasi gar nicht wirken kann und Isabel wirklich stirbt. Und ich habe hier einen Vergleich für alle Star Wars Fans. Carol sagt, yo, das ist ein gerade sauberer Schnitt, du wirst es schaffen. Und Carol hat schon mittlerweile ein bisschen Ahnung. Und Isabel liegt da so und sagt dann so mehr oder weniger, nö, ich habe einfach keinen Bock. Und es wirkt wirklich so wie Padme, die einfach gestorben ist, weil sie keinen Lebenssinn mehr hatte. Und ich kann an der Stelle Grüße an Albert nochmal sagen. Der hat sie nämlich genauso gesehen. Der hat auch gesagt, das ist sowas von Star Wars, Padmes Tod so. Sie hatte kein Leben mehr. Also sie hat keinen Bock mehr auf Leben. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ich muss sagen, ich war kein großer Isabel-Fan. Sie war mir irgendwie relativ egal. Ich habe jetzt keine große emotionale Verbindung zu ihr gehabt. Nichtsdestotrotz war ihr Tod so sinnfrei und so unlogisch. Und ich habe das Gefühl, dass die Schreiber dieser Serie einfach denken, nein, Daryl darf nicht glücklich sein. Er hat jetzt Carol wieder, dann kann die andere Frau sterben. So ist es auch okay. Aber das war einfach so schlecht. Die Art, wie sie gestorben ist, der Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Ich bin davon ausgegangen, dass sie in dieser Staffel stirbt. Aber nicht jetzt und nicht so. Und es war einfach wirklich scheiße. Und ich bin ganz ehrlich, danach, die Folge fing für mich so an, so schön hoch. Danach war es einfach ein gerader Fall nach unten. Und das ist, glaube ich, mit einer der größten Probleme bei dieser Folge. Das Pacing der ersten 20 Minuten war viel zu schnell für den Rest der Folge. Der Rest der Folge zieht sich und ist komplett inhaltslos. Und jetzt kommt erst die große Tortur. Es gibt natürlich zwei, drei Punkte, die trotzdem gut und lustig waren. Aber ich werde das Ganze auch jetzt nicht großartig aufbauschen, weil ich jetzt einfach zwei, drei Punkte zusammenfassen werde, mir einfach gezeigt haben, dass mittlerweile gefühlt, das sage ich jetzt hier, gefühlt AMC auf die Fans von The Walking Dead scheißt. Es fängt damit an, Daryl und Carol gehen vom Nest weg. Diese Szene ist super geil. Sie gehen durchs Wattmeer und das sieht super cool aus. Sie wollen Laurent suchen, weil Isabels letzter Wunsch natürlich Laurent war. Und wir hatten ihn in dieser Folge noch nicht, deswegen müssen wir ihn haben. Sie gehen in die Höhle und ja, Laurent ist weg. Herzlichen Glückwunsch, die nächste Folge wird wieder eine Suchenfolge nach Laurent. Ich habe so Bock drauf, wirklich, das geht mir nur auf die Eier, diese ganze Sucherei nach Laurent. Auf jeden Fall, Carol und Daryl gehen natürlich los. Sie laufen ein paar Meter über den Feldweg. Und dann wird ein Satz gedroppt, den ich super lustig fand und der, glaube ich, viele Emotionen der The Walking Dead-Fans wiedergespiegelt hat. Carol sagt irgendwie mehr oder weniger so zu Daryl, Mensch, ist es nicht verrückt, wie wir zwei jetzt hier in Frankreich sind? Und Daryl sagt eigentlich fast nur so, nicht verrückt, blöd. Und ich glaube, das ist das, was viele Fans mittlerweile denken. Frankreich wäre ein super geiles Ding gewesen und Carol und Daryl in Frankreich auch. Aber so wie es jetzt ist, denke ich mir auch einfach, es ist einfach nur blöd. Dann geht es weiter. Natürlich weiterhin auf der Suche nach Laurent und Carol und Daryl reden miteinander. Und dann kommt die Frage, die uns alle so interessiert seit Staffel 1. Und zwar fragt Daryl Carol, was sie denn am Funkgerät gesagt hat, wer zurückgekommen ist. Und Carol sagt, meine Gefühle. Ein Gefühl. Gefühle. Auf jeden Fall keine Person. Sie haben gefühlt vergessen, dass Rick existiert. Dass irgendein Charakter in The Walking Dead existiert. Sie stellen das so dar, als wäre Carol einfach nur hingekommen, weil sie Daryl vermisst und sich gedacht hat, hey, ich kann ja mal ein Abenteuer erleben. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das am Ende schon twisten und Carol einfach sagt, jo, ich habe das hier aus Not herausgesagt. Ich wollte dir nicht sagen, dass Rick da ist, weil du jetzt Laurent suchst und hast gerade deine Freundin verloren und einfach weniger Stress. Aber das war so ein Bruch in meinem Herz, dass die Person, die wiederkam, gar keine Person war, sondern einfach nur ein Gefühl. Das war so ein Schlag in die Magengrube, ähnlich wie in der letzten Folge, wo Daryl Isabel eine Geschichte erzählen soll und seine Geschichte erzählt. Und er wortwörtlich sagt, die Geschichte geht um einen Mann, der nach etwas sucht, aber er weiß nicht, was er sucht. Haben die alle vergessen, dass Daryl nach Rick sucht? Der ist in Frankreich legit gelandet, weil er Rick gesucht hat. Natürlich ist es scheiße, dass er in Frankreich gelandet ist, aber die Grundaufgabe war, Daryl sucht Rick. Carol sucht nach Daryl, um zu sagen, dass Rick wieder da ist. Das waren so ungefähr die Sachen, die für diese zwei Staffeln grundlegend waren. Und das haben sie einfach rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht haben oder es wirklich vergessen haben oder das alles für einen großen Twist am Ende aufbewahren. Ist mir auch egal. Es tut einfach nur weh, das so zu sehen als Fan von The Walking Dead. Gefühlt schreiben das gerade Leute, die elf Staffeln The Walking Dead nie gesehen haben. Das ist ein bisschen Schmerz. Auf jeden Fall finden sie jetzt eine Spur, gehen weiter und laufen auf so ein Haus zu, laufen so eine Allee entlang. Und da kommt wieder eine coole Sache und zwar, da hängen Walker mehr oder weniger als Vogelscheuchen. Deswegen habe ich sie liebevoll Walker-Scheuchen genannt. Die hängen da so an, was weiß ich, irgendwelchen Arbeitszeugen, so Erntewerkzeugen und so mit Beinen abgeschnitten und super geiles Design hier wieder. Und das muss ich sagen, das kriegen sie wirklich hin. Optisch ist diese Folge oder diese Serie durch und durch super. Das Design der Walker, das Design der Landschaft, die Designs der Klamotten, alles geil. Und es ist traurig, dass das Einzige, was mir in dieser Folge so positiv in Erinnerung geblieben ist, nur die Walker sind. Es freut mich, aber es hätte auch anderes sein können. Naja, weiter geht's. Sie laufen auf ein Haus zu, treten da die Tür ein und da sitzt dann ein Rentner-Ehepaar. Beziehungsweise kein Ehepaar, ein Rentner-Paar. Und dann kommt hier ein mehr oder weniger Aufbau-Arc von wegen, wir müssen uns vorbereiten, Laurent zu suchen. Laurent war da und dann ist er wieder gegangen. Jetzt brauchen sie ein Auto. Dann helfen die alten Leute denen. Carol hat nochmal einen PTSD-Moment. Also sie hat nochmal diesen Flashback von der Scheune mit Sophia. Mega cool. Ich finde es geil, dass sie sich aufgegriffen haben. Die alte Frau hilft ihr dann dabei, irgendwie darüber hinwegzukommen. Wenn sie das wirklich geschafft hat und wir das nie wieder sehen, dass Carol diesen Flashback oder diese Gedanken hat, ist es wieder Lazy Writing, weil das war viel zu schnell. Allgemein, die Connection, diese Story von diesem Rentner-Paar ist mega cool gewesen und hätte auch in eine Folge The Walking Dead als Filler-Folge super reingepasst. Aber nicht in einer Folge Daryl Dixon, die damit anfängt, dass Isabelle stirbt und Laurent wieder verschwunden ist und Carol und Daryl sich wiedersehen. Das war nicht perfekt eingesetzt. Das hätte man in einem Spin-Off wie zum Beispiel Tales reinpacken können oder halt in eine normale Folge von The Walking Dead. Wäre das super cool gewesen, weil dieses Rentner-Paar war cool. Die Geschichte da drumherum, die Nachbarschaft, die als Walker weiterhin da rumläuft, weil die sagen, alte Leute sollten alte Leute nicht begraben. Das macht keinen Sinn. Es ist mega cool und auch optisch, wie gesagt, super geil gemacht. Aber rein vom Inhaltlichen her, nach dem, was wir gerade gesehen haben, wirkt es auch einfach so, als hätte Daryl schon längst vergessen, dass Isabelle tot ist. Die reparieren da ein Auto. Es gibt super viele funny Momente und coole Momente, keine Frage. Aber es wirkt so, als wäre die ersten 20 Minuten nicht passiert. Und das ist das riesige Problem. Die ganze Folge zeigt oder lässt einfach fühlen, als wäre alles, was davor passiert ist, komplett irrelevant. Laurent wurde wieder irrelevant. Isabelles und Daryls Kuss ist irrelevant, weil die tot ist. Alles ist irrelevant. Und das Einzige, was uns hier noch Hoffnung hält, ist Madame Genée und ihre Leute. Und das wird uns auch in der Folge kaputt gemacht. Denn wir sehen, dieses Militär von Genée kommt immer dahin und holt sich Sachen ab. Nächster Tag, anscheinend hat der Opa die verraten, also Daryl und Carol, Madame Genée kommt mit ihren Leuten. Die Mutter, also die Oma sagt aber, hier, du bist ein Idiot, hier, wir lassen, wir helfen denen. Und dann gibt es da ein bisschen Action mit Genée. Und ich muss nach wie vor sagen, Madame Genée ist ein so geiler Badass-Bösewicht. Das ist mega geil. Die rückt für mich immer näher an Negan ran. Natürlich wird sie Negan nicht erreichen und auch den Governor wird sie für mich nicht erreichen. Aber sie ist wirklich mittlerweile Top 4, Top 4, 5 auf jeden Fall. Und sie mit ihrer Art. Und dann gibt es ein cooles Gespräch hin und her. Und Madame Genée ist cool. Und dann passiert wieder Action. Es gibt Schießereien, Leute sterben, Leute werden umgebracht. Und es sieht wieder so gut aus. Und alles läuft darauf hinaus, dass natürlich Carol und Daryl gegen Madame Genée und ihre Armee antritt. Und ja, dann kommt es dazu, dass quasi alle von ihren Leuten tot sind. Also alle von Genées Leuten sind tot. Und sie steht als einzige noch da. Carol liegt auf dem Boden mit der Serumpistole. Daryl kommt von hinten rein mit einer normalen Maschinenpistole. Und Genée steht da und hat eine Pistole. Und diese Szene war so krass gut. Und die hätte so heftig enden können, wenn Genée irgendwas Krasses gesagt hätte. Ob sie jetzt gelogen hätte und gesagt hätte, wollt ihr Laurent wiederhaben? Irgendwas. Aber sie steht da und macht nichts. Und Carol schießt ihr so einen Serumpfeil in den Rücken, wo sie nicht drankommt. Und dann fängt sie langsam an, sich zu verwandeln. Beziehungsweise mehr oder weniger das Serum kommt halt in den Kreislauf. Und sie hat da Schmerzen. Und dann bläht sich ihr Gesicht so auf. Und dann kriegt sie sowieso so Pestbeulen. Die platzen auf. Und Genée ist tot. Ja, wir haben Isabelle und Genée verloren. An einer Folge. Und das macht mir jetzt echt Sorgen für die nächsten zwei Folgen. Und auch für die Zukunft in Daryl Dixon Staffel 3. Weil Madame Genée war mit das Einzige, was diese Serie ultimativ interessant gehalten hat. Und wirklich, sie hätten nur Genée leben lassen müssen. Und wenn es nur für eine Folge gewesen wäre. Aber dieser Tod war so random, war so unvorhersehbar. Und viel zu schnell und so unnötig, dass ich mich nicht genug darüber auskotzen kann eigentlich leider. Sie hatte so viel Potenzial. Und sie nehmen es komplett und machen es komplett kaputt. Ja, cool. Wir haben gesehen, was passiert, wenn ein Mensch das Serum bekommt. Ist schon eklig. Und auch irgendwie cool. Aber dafür Genée zu töten. Wirklich. Sie hätten jemand anderen mit diesem Pfeil beschießen sollen. Genée hätte da stehen sollen. Die Waffe in der Hand. Hätte sagen sollen, hier, erschießt mich nicht. Sonst werdet ihr nie rausfinden, wo Laurent ist. Daryl und Carol hätten sie laufen lassen. Und man hätte noch mehr Potenzial ausschöpfen können. So wäre das top gewesen. Und dann wäre die Folge auch wesentlich besser. Aber so wie es jetzt ist, ist es scheiße. Ich saß wirklich vor meinem Bildschirm und sagte, das war die Folge. Das war es jetzt wirklich. So endet diese Folge. Ich war bodenlos enttäuscht. Ich war mega traurig. Und ich dachte wirklich, Alter, wie kann man mit einer Folge eine ganze Staffel Daryl Dixon plus drei Folgen Daryl Dixon Staffel 2 so in die Tonne kloppen. Wirklich. Ich gebe die Note hier. Mehr oder weniger ist für mich eine 4 minus bis 5. Der Anfang war cool. Der Anfang war super geil. Bis zu dem Tod von Isabel bzw. bis zu dem Moment, wo Carol und Daryl sich wiedersehen. Und ich bin einfach so enttäuscht. Und jetzt ist mir wirklich wichtig, nochmal zu erwähnen. Das ist meine Meinung. Wenn ihr die Folge gut fandet, ist es cool. Dann will ich euch nichts reinreden. Aber für die Leute, die ähnliche Ansicht waren wie ich oder halt auch andere Ansicht, bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Oder wie ihr das seht. Ich wüsste echt gerne, was ihr ultimativ gut fandet, wenn ihr euch die Folge wirklich super gefallen hat. Was hat euch so gut gefallen da dran? Und wenn ihr die auch scheiße fandet, versteht ihr, warum ich ein bisschen sad bin? Weil ich glaube, für Außenstehende, die vielleicht einfach nur Daryl Dixon gucken, weil es Daryl Dixon ist und gar nicht so viel Connection zu The Walking Dead haben, für die ist das vielleicht keine schlechte Folge. Aber für mich ist das einfach The Walking Dead mit Füßen getreten und ich weiß auch wirklich nicht, was sie in zwei Folgen machen wollen, dass dieses Gefühl sich nochmal ändert. Jeanne ist tot. Ah ja, übrigens, die Union of Hope und Jeanne's Leute schließen sich dann am Ende auch noch zusammen. Das ist der größte Bullshit. So, die zwei Verfeindetsten sind auf einmal... Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich weiß nicht, was die daraus machen. Jeanne ist tot und damit ist für mich eigentlich der große Bösewicht tot. Und die Armeen so zusammen und auch Lusson kriegt da nichts mehr geschissen, in meinen Augen. Das wird komplett irrelevant. Und meine Sorge ist, dass wir nächste Folge eine volle und komplette Laurent-Folge bekommen und dann kotze ich wirklich im Strahl. Und ich glaube, das können einige verstehen. Deswegen, wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare. Mich interessiert eure Meinung wirklich gerade bei dieser Folge enormst. Haltet euch nicht zurück, wenn euch meine Meinung gar nicht gefällt. Schreibt doch gerne, jo, du Idiot, wie kann man so eine Folge schlecht finden? Bleibt natürlich trotzdem sachlich, bitte. Und lasst mich einfach wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und lasst gerne mal darüber diskutieren, warum die Folge so schlecht war, wie ich sie empfinde. Oder warum die Folge so gut ist, wie vielleicht einer von euch, die jetzt empfunden hat. Lasst gerne darüber diskutieren. Und das natürlich auf einem normalen Level, wie ich es gerne auf diesem Kanal hätte. Einfach auf einem menschlichen, auf einer Augenhöhe, also gleiche Augenhöhe, Ebene. Verstehe, was ich meine. Es tut mir auch wirklich leid, dass dieses Video jetzt ein bisschen deprimierender, beziehungsweise ein bisschen negativer vertucht ist. Aber ich kann jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, das war eine supergeile Folge, weil es gelogen wäre für mich. Und an der Stelle, wie gesagt, jeder sollte seine Meinung unterstützen. Und das werde ich hier auch machen. Ich werde meine Meinung weiter in den Kunden tun, auch wenn es die manchen Leuten nicht gefällt. So, abschließend würde ich jetzt noch sagen, ich verlinke jetzt hier die Playlist zu Daryl Dixon Staffel 2, meine Reviews. Dann könnt ihr euch gerne die Review zur ersten und zweiten Folge angucken. Ich verlinke hier auch die Review zur ersten Staffel Daryl Dixon. Und hier wird auch einmal der Kanal von This Is Peak verlinkt, unser Podcast, jeden Freitag 18 Uhr. Momentan auch Review zu Daryl Dixon Staffel 2. Wenn ihr Bock habt, Zeit habt und die intensive Meinung für wirklich manche Szenen genau von mir oder auch von uns allgemein hören wollt, schaltet gerne ein, lasst ein Abo da, wir würden uns mega freuen. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.